Ja, das ist ein Vlog Schatz, ja. So, also ich grüße euch. Ich wollte mal fragen, ob ich mal so ein Video machen soll, wie es ist, wenn man ja seine Zahn-OP hat, beziehungsweise die weiße Zähne. Ich habe auch so eine weiße Zahn-OP. Und da wollte ich einfach mal fragen, ob ich da einfach alles filmen soll, ja. So ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen filmen. Was ich so mache, wie ich mich so fühle, wie da euer Schmerzen sind. Ich meine, bei mir sind sie ja noch drinnen. Und ja, noch sind sie halt noch nicht draußen. Und, ja, beziehungsweise ist rausgewachsen, wisst ihr. Das könnte auf jeden Fall noch dauern. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall morgen ist auf jeden Fall die Zahn-OP, Leute. Da kommt auf jeden Fall noch ein Video, wenn ihr es wollt. Ich meine, da seht ihr wenigstens was von mir. Und, ja, in dem Internet, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es ist so, dass ich halt vielleicht eine, einen sogenannten, ja, wie heißt denn das? Es ist so ein Ultra-WLAN, nennt man das eigentlich, von O2. Und das ist so ein Stick drin, ne? Das ist wie so eine Handy-Karte. Das ist wie so ein Handy-Hotspot, wisst ihr? Das macht man rein und dann hat man so maximal 15, ähm, 15 Gigabyte. Äh, ne, ja doch, 15 Gigabyte oder so pro Sekunde. M-Bit pro Sekunde, mein ich. Ähm. Und, äh, ja. Ja, damit könnt ihr auf jeden Fall perfekt streamen, Leute. Und Videos hochladen und, äh, Livestreams perfekt machen. Wenn es klappen würde. Aber meine Mutter hat gesagt, da wäre 20 Euro mehr. Und das ist halt, ja, die sagen eigentlich, 225 Euro pro Sekunde maximal. Also bis zu 225 Euro pro Sekunde. Und wir haben da wahrscheinlich maximal nur 15. Und, äh, da lohnt sich leider nicht die 20. Wenn da jetzt noch mehr wären, da hätte meine Mutter das gekauft, aber wir zahlen euch eurem her. Würde sich das nicht lohnen, nur im ganzen Notfall, wenn das wirklich jetzt noch sehr lange dauert mit dem, ähm, mit dem Glasfaser. Ja, und das Glasfaser war jetzt nicht O2, sondern Telekom. Ähm, ansonsten, Leute. Könnt ihr reinschreiben, ob ihr Bock habt morgen auf das Video. Ich darf's halt noch nicht vergessen, beziehungsweise ich hake sofort ein in meinen Kalender. Das ist das Filme. Ja. Und uns, Leute. Bis später. Und, ja, Leute. Haut rein. Schreibt auf jeden Fall unten rein, was ihr. Ob ihr sehen wollt oder nicht. Ich würd's wahrscheinlich so und so machen. Und, äh, ja. Schönen Sonntag noch, Leute. Schöne Sonntag noch. Tschau.